Hallihallöchen, willkommen bei Hertha-Geek. Freunde, was war das für ein Wochenende? Puh, Freitag das Aus, ja. Spanien hat uns besiegt, aber ganz ehrlich, also was ist denn das mit dem Elfmeter? Wurde jetzt zu Genüge besprochen in den Medien, ja. Aber ich muss auch nochmal meinen Senf zugeben, weil dieses zweierlei Maß, ja, das ist ätzend. Wir denken mal an den Elfmeter gegen Dänemark, ja. Da wurde der Ball mühmäßig mit der Hand berührt, ja, sodass man tausendmal in der Wiederholung, ja, mit der geilsten Technik ever das irgendwie nur bestimmen konnte, ja. Und ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht mehr, ob der Ball eine andere Flugrichtung bekommen hat, aber egal, war ein Elfmeter und dann so ein Ding gegen Spanien. Ja, da brauchte man gar keine Zeitlupe oder so. Wer das Spiel aufmerksam beobachtet hat, hat gesehen, der Junge hat Hand genommen, ja. Und das ist doch schon mal Idits dafür, dass der Schiri rausgeht, sich das nochmal anguckt. Ja, wurde ja oft genug besprochen, aber letztendlich hätten wir vorher Tore machen müssen und hätten dann als Sieger vom Platz gehen können. Ja, das ist ja auch schon mal zu nennen, aber trotzdem, ich verstehe das, also, weiß ich nicht, mit diesen Elfmeter-Regelungen, das wird nie, nie funktionieren. Trotzdem ärgerlich, ja. Ja, aber dann positiv, Dämme, ja, Dämme ist da. Da reden wir natürlich gleich ganz kurz drüber, weil wurde schon oft hier bei Social Media, ja, auch bei YouTube, wo auch immer, besprochen. Aber ich muss natürlich auch kurz meinen Senf zugeben. Ich hatte einen Shorts gedreht, musste ich natürlich ganz aktuell, damit meine Community weiß, was los ist, ja. Ja, aber kann man kurz nochmal anschneiden. Das war ja dann Samstag, wo ich dachte, ja, also ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass Samstag der Dämme vorgestellt wird. Aber ich glaube, er ist irgendwie ein bisschen spät gelandet. Ich glaube, er kam ein bisschen spät nach Berlin zum Treffen in die Geschäftsstelle und so weiter, vor dem Spiel. Und, äh, das war alles sehr eng und deswegen wurde es wahrscheinlich verzögert erst rausgebracht, ja, an uns. Aber, ähm, ja, das war natürlich sehr positiv. Äh, dann müssen wir natürlich, äh, noch über zwei Spieler reden, ja. Ja, mhm, für die eine böse Strafe eigentlich, wenn man so will. Und, äh, Kempfi, ja, unser Marc-Oliver Kempf wird, soweit ich das hier, äh, mitbekommen habe, über die Bild, äh, Hertha treu bleiben. Er wird Hertha nicht verlassen. Das ist schon mal richtig geil. Darüber reden wir jetzt kompletto. Ich, äh, hau mal einen rein hier oder beziehungsweise einen raus, äh, mit Diego Dämme, ja. Jetzt ist es ja soweit, wir haben ihn ja alle, ja, herbeigerufen. Ja, die Fans waren ja total, äh, nervös. Die dachten schon, nachher funktioniert da irgendwas nicht, ja, mit dem, mit dem Dämme. Aber letztendlich hat es jetzt funktioniert. Der Gute hat, äh, bis 2026 unterschrieben, ja. Ja, einen schönen Vertrag oder Arbeitspapier, ich finde das Name Arbeitspapier eigentlich auch viel geiler. Arbeitspapier, ja. Und, ähm, ist jetzt mit, äh, Kevin Cesar, äh, und Mika Coussons, ja. Einer der wichtigen Mittelfeldspieler, ja. Also, äh, das letzte Puzzleteil ist quasi gelegt worden, so will ich das mal nennen. Und, ähm, ja, er hat, äh, im Gespräch auch gleich, äh, äh, gesagt, dass er das als Neubeginn sieht. Ja, also, er will jetzt neu starten, Neapel war ja zum Schluss not nice, ja. Da war er weitestgehend auch auf der Bank, obwohl natürlich Neapel sehr erfolgreich war. Aber da hatte er dann auch nicht so oft mitgespielt. Er hatte zwar einiges auch da drüben gerissen, ja, aber vorher war er eigentlich bei RB Leipzig, ja, äh, der King auf dem Feld, sagen wir es mal so, ja. Und, äh, dann ist er ja zu Neapel gewechselt, war da, glaube ich, viereinhalb Jahre und, äh, ja, und jetzt ist er bei uns. Jetzt ist er bei uns und das Geile ist, der gute Demme hat wirklich, ähm, gleich mitgekickt. Mitgekickt in dem Testspiel gegen Rot-Weiß Erfurt, ja, 4-0 haben wir gewonnen. Richtig geil, äh, wir können ja mal ganz kurz, äh, uns nochmal, äh, die Törchen reinziehen. Ja, ich hab da mal was vorbereitet. So, Freunde. Es waren, äh, teilweise doch echt schöne Tore. Gehen wir einfach mal rein. Ja, dermaßen geil zu dem ersten Tor. Reze hat's ja angekündigt in der Kabine. Auf geht's. Ich bin bereit für den ersten Eicksel, bis zum Tor. Ja, gut. Abstauber, aber trotzdem muss ich den auch jetzt mal machen, von Palco. Ja, schön klar gemacht. Ups. Ja, Kempf hat schön reingedreht und, äh, Tabakovic vernichtet. Den Gegner vernichtet. In seinem klassischen Stil. Und jetzt kommt ein schönste, also das schönste Tor eigentlich von, äh, Derry. Also, muss ich echt mal sagen. Stoppi. Gehen wir wieder rüber, ja. Haben wir mal die Tore nochmal gesehen, ja. Ja, also, ich meine, der, ähm, absolute fanatische Tana hat ihn natürlich schon zu Genüge gesehen, ja. Aber trotzdem, äh, Davy Scherentor, richtig geil, muss ich sagen. Die Mitnahme, ja, technisch super. Und auch das erste Tor von Reze. Nee, 4-0, äh, gewonnen. Ich muss sagen, ähm, ich hab mir das Spiel dann einen Tag später in Ruhe reingezogen, die Aufnahme. Und, äh, erste Halbzeit hat mich, äh, ein bisschen mehr überzeugt. Aber ich glaub, da waren die auch besser eingespielt. Die Verteidigung vor allem. Ähm, Kempf war sehr bissig. Und, ähm, wer da wirklich rumgewirbelt hat und was absolut auffiel war, unser Cousins. Ja, also, äh, muss man sagen, der fiel wirklich auf. Ich hatte ja im letzten Video, glaub ich, darüber berichtet, wie er im Training für Furore sorgt, ja, irgendwie, äh, auf sich aufmerksam macht, äh, einer der Antreiber, ja. Und alle sagen, wow, was ist mit dem los? Der ist ja richtig aufgezogen, ja, der ist ja fit on fire. Und man hat's im Spiel auch gesehen. Der, der will was reißen. Also, bei dem merkt man wirklich, der ist hier auch angekommen, hat auch das, den Vorteil, dass er, äh, auch schon das eine oder andere, ähm, Trainingsspielchen mitmachen konnte. Und, ähm, sah sehr gut aus, hat mir sehr gut gefallen. Erste Halbzeit hat mich sehr überzeugt, muss ich sagen. Wirklich. Also, ähm, dann zweite Halbzeit, ja, wurde ja komplett durchgewechselt. Dann kam ja Cesar. Und Demme, Demme, ey, der hat noch gar nicht mittrainiert. Und gleich reingeworfen, ja, gleich reingeworfen, äh, die sechs, ja. Äh, äh, in dieser Saison sind ja die, äh, nur mal ein bisschen gemischt worden. Der eine hat die, die andere die, ja, ein bisschen getauscht untereinander, blablabla. Der hat jetzt die sechs. Ich glaube, Karbovnik, ich weiß nicht, ob der die sechs hatte, ja. Der hat, glaube ich, jetzt eine 33. Ich weiß nicht, wer die der vorher hatte. Aber es ist irgendwie so gemischt worden, ja. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, aber, äh, Cesar und Demme, äh, waren dann zweite Halbzeit. Äh, äh, drin. Ja, äh, diverse andere waren noch drin. Aber wer auch viel war, Karbovnik auf jeden Fall wirklich mega, mega gewirbelt, ja. Also Karbovnik und Chris Songz waren für mich die Gewinner in diesem Spiel. Hat man sofort gemerkt, die sind richtig auf dem Platz. Die laufen, marschieren. Richtig geil. Super, ja, auch unser hier Löwe, Kampflöwe, Cefui kam auch und außen richtig bissig. Und dann eben der Richard, ja, hatte eben das wunderschöne Tor geschossen und der fiel auch auf. Und dann natürlich Demme. Er hat dann noch in der letzten Minute, damit die Null steht, richtig einen reingegrätscht hat. Wenn das mal ein gutes Deutsch ist. Naja. Weggegrätscht hat er den, wollte ich sagen, ja. Weggegrätscht. Dann war Abpfiff. Er hat nur eine Gelbe gekriegt. Aber da hat man gemerkt, nee, Demme, wenn man überlegt, dass der wirklich noch gar nicht mittrainiert hat und einfach reingeworfen wurde. Und gleich so ein bisschen so, ja, die Mentalität hatte, ich führe das Spiel hier, ja, über mich geht hier alles. Also, Wahnsinn. Hat mir gut gefallen, Demme, ja. César, aber nicht ganz so offensiv, er hatte auch gute Momente. Aber, nein, an sich wirklich ein muntres Spielchen. Fiello war an der Seite sehr aktiv, ja, immer wieder die Spiele rangeholt und sagt, mach mal das, mach mal das. Ja, ein bisschen Veränderungen, gleich angezeigt und so. Finde ich gut. Also, ein gutes, gutes Testspiel. Hat mir echt gefallen. Ja, sowas wie. Und was an diesen Tagen, ja, noch richtig nice war, Freunde. Da gab es ja noch eine richtig gute Geschichte rund um dieses Testspiel. Ja, nämlich, total abgefahren, der gute Dennis, ja, der von Hertha TV, der das Spiel ja moderiert hat, ja, hatte dann aufgerufen, doch über Spendebutton, ja, beim Live-TV kann man das machen, was zu geben, ja, damit Hertha TV auch noch das eine oder andere sich besorgen kann, kaufen kann, verstärkt wird mit Spendengeldern. Und, ähm, weil wir wissen ja alle, dass Hertha ja angeschlagen ist, die Saison, und das kostet alles. Und ich finde es auch gut, dass man das anspricht, weil das macht viel Mühe, ja, so ein Live-Event, ja, wie so ein Testspiel zu moderieren und natürlich auch zu drehen, ja. Ja, Live-TV ist immer was anderes als eine Aufnahme, da muss man on top sein, da muss alles klappen, ja. Also gerade hier mit, äh, Internetverbindung und, äh, Moderation, Kameraführung fand ich sehr geil, muss ich sagen. Dafür, dass es ja, äh, keine Vollprofis sind, ähm, sehr geil gemacht. Also an dieser Stelle mein großes Lob an Hertha TV. Und Dennis hat das eben so erwähnt und so und sage und schreibe, kam da echt 1168 Euro zusammen während des Spiels. Leute, das war, das war der Wahnsinn. Also Dennis kam gar nicht mehr raus, äh, sich zu bedanken bei dem und denen. Ich glaube, einer hat auch mal 100 Euro, ja, reingeworfen und 50, dann ganz viel 10 und 3, 5 und so weiter. Alle Zahlen fehlen da, aber ich glaube, 100 Euro war die größte Spende. Sehr geil. Mal sehen, äh, wie das weitergeht, ja. Im nächsten Testspiel gegen Babelsberg, ja, das ist ja in Kürze, ja, kann man gleich weiterspenden. Ja, es ist gut, die machen eine Top-Arbeit. Aber das hat sogar, ähm, ja, es ging sogar so weit, dass die Presse darüber geschrieben hat, ja. Dass der Dennis, ja, von Hertha TV da was gezündelt hat, ja. Also sehr geile Geschichte, hat mich sehr gefreut. Und ich denke mal, das Geld ist gut angelegt, weil ich ja auch weiß, was so Equipment-Zeug und so, äh, kostet. Ja, ich bin ja auch so ein Verrückter, wir ja auch immer geilen Scheiß am Start haben und verändern mich hier und da. Also die können es gebrauchen, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, ich sag mal, weitermachen. Ja, Hertha Community, da geht's an die richtige Stelle. So, dann mal ganz kurz angeschnitten, ja, unser Marc-Oliver Kempf. Freunde, äh, sehr geil, muss ich sagen, hat, äh, sich geäußert, äh, Bild hat es jetzt, äh, rausposaunt mal wieder, sind immer die Ersten, dass er jetzt in Berlin bleiben will. Vielleicht liegt es daran, dass der Trainer nice ist oder die Truppe, ja, die zusammengewachsen ist und verstärkt wurde massiv. Gerade das Mittelfeld ist ja Wahnsinn. Ich hänge mich mal hier richtig weit raus und sage, Top-Mittelfeld der zweiten Liga, ja, viel Geld ist natürlich da im Raum, ja. Der eine oder andere musste ja noch ein bisschen, ja, bezahlt werden, aber, und kriegt auch gutes Geld, aber, wenn wir dann vielleicht doch aufsteigen sofort, hat es sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Ja, und er möchte bleiben, ja, bis 2026, also 2026 ist sein Vertrag noch, er hatte ja viele Probleme, aber die sind jetzt weg, hatte ich oft genug drüber geredet, ja. Er hatte Berater gewechselt, hat sich da auch, äh, Hilfe geholt, ja, und, äh, psychologische, immer sehr gut, wenn man sich nicht wohlfühlt, gerade als Profisportler kann das eine Menge bringen, ja. Ja, und, ähm, ja, er hatte ja immer so den Wunsch, ja, da gab es noch diese Szenerie, äh, er war kurz vorm Wechsel, dann hat Hertha einen Riegel vorgeschoben und so weiter, ging nicht und so, aber jetzt, äh, sieht das gut aus, dass er bleibt. Und für mich ist das eine wichtige Personalie, der Kempf, ja, naja, ist ein, äh, Kopfballmonster, ähm, und, ähm, hat ein gutes Gespür, wann er den Antritt machen muss, wann er reingrätscht, ja, und, nein. Für mich eine riesige, geile, Top-Nachricht, äh, dass, äh, Marc-Oliver Kempf bei Hertha bleiben will. Geil, oh. So, wer aber, äh, nicht bleiben darf, ja, geile Brücke gebaut, ist, äh, Kanga und Maoli da, Höchststrafe, Alter. Ja, also, das wird auch so geschrieben, Höchststrafe. Ich meine, gut, sie werden schon bestraft, indem sie nicht, äh, mittrainieren dürfen, ja, und am Training teilnehmen. Quasi, das ist so, boah, ja, also, ich sag mal, wenn der Trainingsplatz, äh, Schenkendorf da, äh, geräumt wird, äh, dann, äh, dürfen die Ruf, ja. Ja, das ist halt so, also, ähm, das ist ein bisschen, äh, heftig, aber das sind eben Verkaufskandidaten, die gar nicht erst ins, äh, Mannschaftsgeschehen eingebunden werden sollen, ja, die sollen, die sind nur zum Verkaufen noch, ja, also, das ist, äh, krass, Trainingsgruppe 2 nennt sich das, ja, Abschiebegruppe, da gibt's Lauftraining und so weiter, Alter, die müssen ja fit bleiben und, äh, ja, das ist eigentlich nichts Neues. Wir hatten ja schon mal, äh, so eine Aktion, äh, wo Hertha sich neu, äh, aufstellen musste, nach dem Abstieg und, äh, da war ja, äh, Tussar, äh, Schwolo und der Keeper und dann, äh, Didi Lukapakio und, äh, Christoph, äh, Bertek, ja, und so. Die waren dann auch in dieser Trainingsgruppe 2, weil die auch, ich teilweise ja auch alle weg wollten und dann, äh, zum Verkauf bereit standen, ja, und naja, und das ist für die eigentlich schon eine Strafe, einerseits, dass sie jetzt abwarten müssen, nicht mittrainieren dürfen und so weiter, ja, ich meine, äh, Olle Kanga hatte ja echt viel Erfolg, ja, wenn man überlegt, bei, äh, Standard, äh, Lüttich, äh, hatte er immerhin neun Tore, 27 Spielen erzielt, zwar echt nur gute, äh, und mal, da glänzt in Schottland, ja, bei, äh, Hibernian Edinburgh und hatte dort elfmal geknipst und, äh, 20 Spielchen absolviert, ja, also, äh, eigentlich gute Zahlen, aber, äh, Hertha möchte sie auch nicht mehr und sie soll noch Geld bringen, ja, am besten die, 10 Millionen, die man sich, äh, erträumt, ja, die man, äh, haben möchte, naja, wir werden sehen, ob es nachher wirklich so viel wird, aber jedenfalls ist es, ähm, eine doofe Situation für sie, sag ich mal, sie fahren auch nicht ins Trainingslager mit, gar nichts, niente, da bleiben sie auch zu Hause und, äh, trainieren dann nicht mit. Oh, geil, hier ist gerade die, das Frontlicht ausgefallen. Live, Freunde, Frontlicht. Auch ein Zeichen, dass ich jetzt diese Sendung beende. Richtig geil. Ja, ich war eher am Ende, Freunde, ja, äh, stabil bleiben, bis zum nächsten Video, bis dann, ciao. Hallelujaid Hallelujaid